So, der Ludwig Farmer und der Günther Fiefmeier, die fliegen eine Soft-Wheel-Puff. Das sind Modelle mit 400 Kubik-Foxer-Motoren, Wrestling-Motoren. Ja, Leistung ohne Ende, schauen Sie sich das mal an. Alles gleich zu, lassen Sie alle. Ja, dann lassen Sie die Enten, die Enten, die Enten, die Enten bitte von das, die Enten zum Senderzelt. Das sind die Enten, die Enten sind, wenn man so nicht hier vorne direkt der Flugplatz. So, jetzt Tobis weiß wir das mal so ein bisschen aus. Ja, Thomas, du weißt aber, diese Flugzeuge noch sind ja so genannte Dran-Fach-Hol. Wahnsinn. Einfach gigantisch, diese riesigen Teufeldecker hier. Ja, die Pestsaufe von den restlichen Toren sind ganz schön zum Schnappland auf der Stampplast. Auf der Stampplastie gewesen, wir sind auf der FD Allee auf dem großen Flughafen in den Bachreich, der leider nicht mehr stark wird. Die beiden haben sie unter Stampplast. Jetzt weiß man auch warum. Da kann man sich diese Gegend nicht auf den Weg machen. Das ist ein fantastisches Flugbild. Ja, die drei Piloten, die hier am Start sind, sind auch schon häufig aber hochgeflogen. Und jetzt sind sie sehr schön da. Sie haben wunderschöne Modelle mitgebracht. Aber wir haben jetzt jedes Mal gemeinsam. Wir haben hier ganz viele Piloten dieses Jahr. Jetzt werden wir gemeinsam geflogen. Und jetzt ist man auch den Dörren nach oben geworfen. méskass! Torben! Der Dörren nach oben wechseln. Der Dörren nach oben geworfen kann. Den Dörren nach oben mit dem Jahr. Nicht mehr schnappen! Den Dörren nach oben ist halt so. Wollen wir hier noch nicht mehr? Oh, dass Gräser nach oben geschmeckt hat. Die Dörren nach oben ist ja ein paar Aktien. Nein, das hat auch gut funktioniert. Ich sage auch jeder, wenn er warst. und demnächst in der Apotheke nach Feierabend kriegst er sicher, weil die sind auch nicht zusammen. Was soll ich denn eigentlich kaufen? Das geht vorbei. Die Fahrer sind frei und guck mal den Sportabendierung los. Wenn der Vakuum auch so läuft, dann gebe ich die Session aus. Dann werden wir ja bloß immer richtig anstrengen, das ist die richtige Kuh an der Weltbauer. Das guckst du nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mit Feuerlöcher zum Einsatz kommen, weil einer der beiden Sopferbomben hat nicht nur die Bombe abgeschmissen, sondern auch das Braunfeld in Brand gesendet. Das war dann ehrlich geplast. Show-Effekt pur. Das war natürlich reine Absicht. Das ist schon fast ein Radisson. Einmal im Jahr. Das war natürlich nicht ein Plan. Aber es ist natürlich auch ein Radisson. Das ist schon fast ein Radisson. Einmal im Jahr. Aber wir haben ja auch ein Radisson für eine Minute. Das ist schon ganz entspannt. Ja, ja. Einmal mit der entspannt ist. Das ist alles unter Kontrolle. Ja, jetzt haben wir die Diskussion. Ich hoffe unser Ruf an die Küche ist durchgekommen. Also, die Brasserie, wenn ihr uns hört, die hat dann kleine Gestellungen aufgegeben. So, die Maschine auszieht die Landung. Achtung, da hinten hat die Maschine landet. Nein, das war ein tiefer Überflug. Ganz klein geflogen hier, diese halbe Flüge. Und dann hat die Rolle noch mal in der Erde. Guck mal, da hier auf dem Euroflugtag 2008 in Niederkastenheim. Guck mal. 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 frase 9 von der Produkte Leibner. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das Team Italia rätet hier noch über die Zeit, versprecht euch am späten Nachmittag, wenn wir den Wind ein bisschen nachjustieren und dann klappt das Piero. So was ist denn da? Oh, das ging mal wieder jetzt.